Der Wahlkampf ist für den US-Präsidenten Donald Trump kein einfacher gewesen. Nach seiner Covid-19-Infektion ist er mitten im Wahlkampf für einige Tage außer Gefecht gewesen. Und das in einer der wichtigsten Wahlkämpfe der amerikanischen Geschichte. Es war ein harter Wahlkampf mit scharfen Angriffen von beiden Seiten. Donald Trump hat unter anderem Joe Biden als korrupten Politiker, der die Wirtschaft in eine tiefe Depression stürzen wird, bezeichnet. Zusätzlich hat der amtierende Präsident immer wieder aufhorchen lassen, indem er die Corona-Pandemie schmal geredet hat. Trump hat unter anderem Biden vorgeworfen, die USA mit neuen Corona-Auflagen in einen Gefängnisstaat verwandeln zu wollen. Außerdem hat er behauptet, dass er selbst nicht wie der europäischen Staaten einen zweiten Lockdown beschließen würde. Das würde man nur unter einen Präsidenten Biden bekommen. Trump hat fast täglich behauptet, die USA habe die Corona-Pandemie fast überstanden und es sei Zeit, alle Auflagen zu lockern, damit sich die Wirtschaft wieder voll erholen könne. Die Zahl der Neuinfektionen ist aber zuletzt wieder deutlich angestiegen. Im Schnitt kommen die Amerikaner auf rund 80.000 Neuinfektionen pro Tag. Er selbst hat sich mit dem Coronavirus, möglicherweise bei einer Wahlkampfveranstaltung im Weißen Haus, wo mehrere hundert Gäste geladen worden sind, infiziert. In den letzten Tagen hat sich das Wahlkampfteam von Trump auf die sogenannten Swing States wie Pennsylvania, Michigan und Florida, bei denen nicht feststeht, ob aller Erfahrung nach der Kandidat der Republikaner oder der Demokraten klar siegen wird, konzentriert. In einem dieser Wahlkampftage hat er, nachdem die Besucher der Veranstaltung Feuer Forci gerufen haben, angekündigt, dass man noch auf nach der Wahl warten solle. Eine eindeutige Androhung, den US-Corona-Experten Anthony Forci bei einer Wiederwahl zu entlassen. Ein weiterer Wahlkampfpunkt von Trump ist auch immer wieder die Briefwahl gewesen. Trump hat ohne Beweise regelmäßig behauptet, dass die Briefwahl zu Betrug führen kann. Der amtierende Präsident hat angekündigt, notfalls mit Anwälten gegen die Präsidentschaftswahl vorzugehen, wenn das Ergebnis nicht bereits in der Wahlnacht feststeht. Die Auszählung dieser Wahlkarten kann laut Experten in Pennsylvania zum Beispiel bis Freitag andauern.